Der Fennec Klapprost XL. Immer und überall im Handumdrehen einsatzbereit, grillst du darauf die perfekten Steaks oder auch ganze Menüs für mehrere Personen. Das Ganze passt nicht nur wunderbar über die Fennec Feuerschalen Hexagon und Oktagon, sondern kann selbstverständlich auch über dem offenen Feuer verwendet werden. Heute werden wir darauf ein schönes Steak-Sandwich zubereiten, aber dafür erstmal zurück auf Anfang. Mit im Lieferumfang enthalten ist diese wunderbare Tasche aus hochwertiger und robuster LKW-Plane. Darum können wir unseren Klapprost wunderbar transportieren. Jetzt machen wir aber erstmal ein Feuer und nutzen dann unseren Klapprost erst einmal nicht zum Grillen, sondern als Arbeitsfläche. Auch dafür ist das Ganze wunderbar geeignet. Brettchen drauf und dann machen wir uns hier erstmal eine schöne Petersilien-Majo mit etwas Limette und Chili für den Pep. Das Ganze kommt später mit auf unser Sandwich. Jetzt aber ab übers Feuer mit dem Rost und das Flanksteak drauf. Und hier über der heißen Glut kann man wirklich eine richtig schöne Kruste zaubern. Guckt euch das mal an. Das sieht doch herrlich aus. Und auf unserem Rost ist auch ausreichend Platz, um das Ganze jetzt hier an die Seite zu legen zum Nachgarn. Und über der Glut noch etwas Paprika und unser Baguette anzugrillen. Ja und jetzt, wenn unser Steak fertig gegart ist, können wir das Ganze aufschneiden. Auch die Paprika schneiden wir uns in kleine Stücke und belegen dann unser Baguette. Die Mayo drauf, etwas Salat, Paprika und Steak-Tranchen, nochmal etwas von der Mayo und Deckel drauf. Und jetzt guckt euch das mal an. Das sieht doch zum Reinbeißen aus. Also ich würde sagen, da hat der Klapprost XL absolut abgeliefert. Und jetzt guckt euch das mal an.